Guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markthausenrückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Wir haben Montag. Eine neue Woche hat begonnen. Wir haben den 15.12.2014, 9.13 Uhr ist es ganz genau. Wir neigen uns langsam dem Jahresende hinzu und wir sehen durchaus immer noch volatile Bewegungen. Die Aktienindizes korrigierten Freitagabend nochmal deutlich, gingen zurück. Der DAX eröffnete hier zwar leicht im Bereich der 9.800er Marke, gab aber Freitag dann bereits hier über 230 Punkte ab. Aktuell stabilisieren wir uns ein bisschen. Momentan ist es so, und da will ich mit dem US-Dollar anfangen, Der US-Dollar Schweizer Franken testet jetzt gerade die Tages-EMA 55. Wir hatten in den letzten Tests immer wieder sehr deutliche Abpraller. Das bedeutet auch heute, dass es sehr wichtig werden wird, nämlich für den Euro-US-Dollar. Denn sollte es hier zu einem dynamischen Abpraller kommen, sollte natürlich auch der Euro-US-Dollar unter Druck kommen. Das bedeutet heute ist der US-Dollar kurzfristig stärker unterstützt. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass auch der Trend noch völlig intakt ist. Aber für einen untergeordneten Trendwechsel fehlt mir hier wie gesagt noch ein Marktmuster aus höheren Hochs und höheren Tiefs. Man sieht aber deutlich, dass in diesem Bereich zunehmend mehr Kaufimpulse kommen. Ein neuer Kaufimpuls im Übrigen wäre auch dann gegeben, wenn wir hier über die 0,9720 ansteigen könnten. Das wäre dann ein Trendwechsel. Damit wäre für mich auch die übergeordnete Korrektur im Übrigen beendet. Und wir sollten dann einen weiteren aufwärtsgerichteten Impuls sehen, der natürlich auch den Euro dann, wie gesagt, dann sollte auch der Euro unter Druck kommen. Das bedeutet Euro-US-Dollar Long-Positionen werde ich frühestens hier unter 0,9590 aufbauen, wenn eben der US-Dollar Schweizer Franken hier short durchgebrochen ist, weil eben die Gefahr zu groß ist, dass ich daraus hier möglicherweise eine neue Bewegung letztendlich generieren lässt oder generiert wird. Und wenn wir uns den US-Dollar Schweizer Franken so angucken, dann müsste diesbezüglich der Euro-US-Dollar an Widerstände kommen bzw. zurückziehen. Und das macht er eben auch. Wenn wir da mal einen Blick auf den Euro werfen, der kann hier aktuell noch kein wirkliches kein bullisches Momentum generieren, das wird erst hier über 1,2510 der Fall sein. Das ist im Übrigen dann auch die Marke, wenn der US-Dollar Schweizer Franken also hier unten durchbricht. Also was die 0,9590 im US-Dollar Schweizer Franken ist, ist im Euro-US-Dollar heute hier die 1,2510 und die muss überwunden werden. Aktuell der Euro-US-Dollar mehr oder weniger seitwärts hier zwischen 1,2367 und 1,2510 US-Dollar pro Euro. Momentan hier an der oberen Begrenzung US-Dollar Schweizer Franken stabilisiert sich, wenn überhaupt Long-Position dann nur im Bereich von 1,2380 eng gestoppt, im Bereich so von 1,2360, 1,2350 oder eben der Durchbruchstraight hier über 1,2510. Gleiches gilt für den British Fund US-Dollar, der zeigt sich etwas stärker und da ist es so, dass wir hier aktuell eine leichte bullische Tendenz haben. Wir haben ungefähr gleichbleibende Hochpunkte, steigende Tiefpunkte, das heißt der Markt drückt prinzipiell nach oben, schafft es aber nicht neue Höchststände zu generieren und das wundert hier nicht, denn das was die 0,9590 im US-Dollar Schweizer Franken ist und die 1,2510 im Euro-US-Dollar, die 1,2510 ist hier eben adäquat umgerechnet die 1,5763. Also wichtig, Long-Ausbruch heute definitiv möglich, aber eben unter Vorbehalt, da erstmal muss US-Dollar Schweizer Franken nach unten brechen und wenn das passiert, könnte British Fund US-Dollar hier ein Long-Signal generieren, über 1,5765, dann erstmal bis in den Bereich der 1,5830. Australisch-Dollar, US-Dollar weiterhin intakt short, völlig schwach unterwegs, da ist es ein bisschen zwiespältig in der Form, weil hier natürlich absolut noch keine nennenswerten bullischen Impulse zu sehen sind. Das bedeutet, der hat hier weiterhin negativen Ausblick, sollte es hier unter die 0,82er gehen, unter die psychologische Marke, können wir davon ausgehen, dass er vielleicht so in den Bereich der unteren statistischen Wochenbrandweite und in den Bereich der Vorwochen-Tiefausdehnung geht. Das ist die 0,81, das wären immerhin auch 95 Pips. Das wäre hier so der Trade, den man dann machen könnte, der Short-Trade hier bis in den Bereich der 0,8110 und dann hier unten ein kurzfristiger Long-Sculpt, wäre durchaus machbar. Aber momentan ist der Australisch-Dollar viel zu schwach, um da irgendwelche Long-Positionen aufzubauen und deswegen sind die nicht wirklich relevant für mich. Euro-Australisch-Dollar gefällt mir sehr, sehr gut, ist schön im Trend, wir hatten ja gesagt, als er hier die Bodenformation getriggert hat oder nach dem Ausbruch hier in diesem Bereich grau markiert, ich mache das nochmal hier vielleicht ein bisschen deutlicher, kam es zu einem schönen, aufwärtsgerichteten Trend untergeordnet und sollten wir heute noch mal eine tiefere Konsolidierung sehen, so vielleicht idealerweise in dem Bereich von 1,50, dann wäre das ein schöner Long-Trade und da wäre dann nochmal hier ein sehr enger Stop-Loss gegeben, nämlich unter diesen Tiefs, hier unter 1,4966, aber ich würde das noch begrüßen, wenn er hier etwas korrigieren würde, um hier unten letztendlich einzukaufen, das wäre in meinem Sinne. Shinsuaba hat die Wahl gewonnen, das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. In Japan, für mich sind die Yen-Paare momentan nicht wirklich interessant, was zum Beispiel auffällt im Neuseelandisch-Dollar-Japanisch-Yen-Wochen-Chart, wir sind sehr, sehr weit in der Bewegung, wir sind hier sehr, sehr weit gelaufen, 1.100 Pips fast und jetzt fängt eben die Korrektur an oder wir sind mitten in der Korrektur und da würde ich mich prinzipiell auch noch zurückhalten. Klar, er stabilisiert sich im 23,6er, aber so wirklich interessant wird es, ehrlich gesagt, erst bei 90, bei 90 japanischen Yen. Shinsuaba hat zwar vermutlich eine Zweidrittelmehrheit geholt, aber die Wahlbeteiligung in Japan bei den vorgezogenen Wahlen ist unter 60 Prozent gefallen. Da kann man jetzt sagen, das ist eine Niederlage für die Demokratie. Naja gut, ich meine, wenn die Leute sich dafür nicht entschieden haben, hinzugehen und die Wahlbeteiligung dementsprechend sinkt, dann ist das eben so. Das kann man mit Sicherheit kritisch sehen, aber in dem Fall kann man sagen, Shinsuaba hat gewonnen, vermutlich aus zwei Gründen. Zum einen Mangel an Alternativen, zum anderen niedrige Wahlbeteiligung und das letztendlich führte zu dem Wahlsieg von ihm und daher kann man davon ausgehen, dass er seine Abenomics, seinen, ich sage mal, reformwirtschaftlichen Kurs weiterhin durchziehen wird, aber die Yen-Paare reagierten nicht wirklich exzessiv darauf. Also es war mehr oder weniger zu erwarten, dass Shinsuaba gewinnen wird. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland mit den Verhältnissen, dass Angela Merkel da mehr oder weniger alternativlos, konkurrenzlos agiert und dass es innerhalb der CDU beispielsweise noch keinen wirklichen herausfordernden Kandidaten gibt. Und so ungefähr muss man sich das in Japan eben vorstellen. Naja, kurzfristige Unterstützung, klar, 23, 6er, 91, 44, ganz interessant, aber die finanzwerte Übergeordnete Unterstützung fängt erst bei 90 an und von daher so lange ist in der Korrektur. Man kann natürlich versuchen zu kaufen, aber da wäre es vermutlich eher sinnvoller, entweder zu warten oder also hier auf den Ausbruch oder eben auf die Korrektur. Das ist momentan sinnvoller. Also ist halt noch aus dem übergeordneten Setup hergeleitet. Das ist klar, dass das vermutlich heute nicht getriggert wird. Gold steht noch auf der Watchlist. Aktuell bullish konsolidierend. Kommt ja nicht wirklich über die Wochen EMA 20 hinaus und das Einzige, was mich hier interessiert, ist ein Bruch der untergeordneten Konsolidierungsformation. Auf dem Stundenchart sieht man das eigentlich sehr, sehr schön, wie er hier bullisches Momentum aufbaut. Und sollte es zu einem Bruch hier kommen, wäre das bullish zu werten. Alternativ wäre auch, wenn wir uns hier mal nochmal auf den 4-Stunden-Chart konzentrieren, der Pullback in diesen Bereich, in den Bereich der 1208er-Marke. Wieso? Na, da liegt die Tages-EMA 50, da liegt die Tages-EMA 20 inklusive abwärts verlaufender Trendlinie. Gefällt mir prinzipiell sehr, sehr gut. Also die zwei Long-Setups sind hier aktuell in Gold vorhanden. Wird mal interessant zu sehen sein, ob er nach dem Bruch der bullischen Flagge auch wirklich Momentum generiert. Weil Gold ist sonst Spezialist, der faket ein bisschen an und zieht dann zurück. Also das ist also oft tritt das ein. Jetzt sieht das ganz interessant aus. DAX etwas unter Druck, stabilisiert sich hier an der Tagesschlusskurslinie. Geht es heute hier noch weiter nach unten, muss man darauf hinweisen, spätestens bei 9.485 und bei 9.440 Punkten sind starke Unterstützungen. Die Korrektur läuft nach der sehr starken Ausbruchsbewegung. Wenn wir mal das ganze Retracement anlegen, dann ist die nächste sehr, sehr interessante Kaufmöglichkeit hier im Bereich der 9.450er Marke. Dow Jones, wenn wir uns den angucken, da hat unser Long-Trade bislang noch nicht allzu perfekt funktioniert. Wir hatten ja gesagt, kaufen im Bereich dieser letzten Hochpunkte, denn das ist eine nennenswerte Unterstützung aus dem übergeordneten Chart. Und wir sehen aktuell, dass er jetzt hier leichtes Momentum aufbauen kann und dass er vor allem hier auch erstmal neue Hochstände generieren kann. Aber das ist noch zu wenig für einen aufwärtsgerichteten Trend. Wichtig ist, dass er hier vor allem auch nochmal die 17.466er Marke bricht. Diese zwei Widerstände stehen aktuell aus und da würde mich, wie gesagt, auch hier nochmal der Bruch dieser abwärtsverlaufenden Trendlinie interessieren, dass er dann auch hier Platz nach oben hat, sich zu entwickeln. Erstmal vorerst vermutlich hier bis in den Bereich dieser letzten Hochpunkte sind auch immerhin 130 Punkte. Wenn man da von 20 bis 60 rausziehen kann, würde mir das eigentlich schon reichen für den heutigen Tag. Ja, doch, hier über 17.466. Ansonsten droht halt hier eben noch die Gefahr einer bärischen Flagge und dem will ich mich eben nicht aussetzen, sondern erstmal abwarten. Vielleicht sogar etwas früher wäre der Einstieg möglich. Beides. Mal abwarten, aber auf die ungefähr in diesem Bereich wird es interessant. Gut, das war es erstmal für die Uhrzeit heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns heute Abend wieder. Mein Name ist Dennis Gürtler. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg. Good Trades. Wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.